Hallo Tati, vielen Dank für deine Nominierung, macht mich sehr sehr stolz von dir nominiert worden zu sein. Ich nehme die Challenge an. Das hier ist mein Eimer mit eiskaltem Wasser, ich habe Eiswürfel reingetan, damit das extra schön kalt ist. Und ich habe mir überlegt, ich werde zusätzlich noch eine gute Tat vollbringen. Und zwar habe ich mir überlegt, werde ich eine Kleinigkeit spenden. Ich wollte eigentlich ursprünglich an die ALS Association spenden, habe allerdings von denen die Kontonummer nicht gefunden. Deswegen habe ich mir überlegt, werde ich 5 Euro an die UNICEF spenden. Die UNICEF kann das Geld mit Sicherheit auch sehr gut gebrauchen, damit ist auch Menschen geholfen. Und 5 Euro hört sich jetzt zwar wirklich nicht viel an, aber sind wir doch mal ehrlich, wenn jeder von uns, der im Moment an dieser Challenge teilnimmt oder es auch nicht tut, nur 1 oder 2 Euro an eine gemeinnützige Organisation spenden würde, dann würden zig Millionen Euro zusammenkommen. Und dann wäre so vielen Menschen auf dieser Welt geholfen. Und deswegen werde ich die 5 Euro diese Woche noch an die UNICEF spenden. Spendenbeleg wird natürlich unter dieses Video hier gepostet. So, das, so viel dazu. Ich werde die Challenges annehmen und nominiere des Weiteren. Marcel Sommer, Christina Matthais und Mike Zucknachowski. Vielen Dank und viel Spaß beim Gucken des Videos. Vielen Dank.